Eine natürliche Lippenaufbautechnik, davon haben wir ungefähr 15 verschiedene Techniken, die ich auch hier durchführe. Auch andere plastische Chirurgen, die bei uns zu Besuch sind und sich unsere Techniken anschauen, sind fasziniert darüber, dass wir hier mit so vielen Techniken an die Lippe drangehen. Das ist natürlich auch nicht nur die Technik selber, sondern auch die vor allem sehr natürlich perfekte Ergebnisse. Und dafür denke ich, ist die Patientin auch hier und schaut sich das gerade an und ist sehr zufrieden. Untertitelung des ZDF, 2020